moin freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge bussimulator part 3 kommt lasst ein like und ein abo da kommt auch gerne auf mein disco server michael sind disco call wie immer wir haben doch wir haben den bus gekauft den wir jetzt fahren den setra so wir machen wir haben schon ein paar eingestellt das habe ich vergessen aufzuzeichnen langweiliger mpc was aber nichts gehört hat bei dir in der aufnahme ja leider hatte schon gerade die straße überquert ja herr meister freundlich bin live hier das sieht ich werde zwölf stunden stream wahrscheinlich das halte ich doch nicht aus das ist mein fahrrad der jetzt rechts fährt gerade habe ich jetzt gerade nicht gedacht süd speicher süd wie süden fahren sie langsamer das nenne ich guten service nordspeicher freunde ich habe gerade eine spinne gekillt die eklig war schöne fette die sie die sie fass aus wie in der fuß was jetzt ich bin nur an der kleine wie meinst du das schmeckt nö musste zu ihm fahren der bus ist neu der bus ist alt hallo warum nicht zu dir warum nicht warum was wieso nicht warum nicht zu mir oder wie warum der kleine will mich der große will mich vor besuchen nein schade ich wollte auch sagen ich bin du hast du gestern das konzert im alten selke weg gesehen die haben ja echt mal gerockt nein die kundschaft nur nicht richtig bedienen war gerade angepisst die kundschaft die jährlichen müll mann bus oder krepp 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 was sagt man da wenn man liest hast du überhaupt nicht doch ich weiß nicht dass sie so pünktlich sind bei mir klingt es immer so nicht ich habe vergessen fürs abendessen einzukaufen da hast du pechumchen kein wunderbar kein wunder warum sie so dick sind ich esse nicht so viel süßes hoffentlich kommt bei meiner haltestelle ich muss mal ich wollte gerade geblitzt hat sie schickt mir ein foto kata mach mal das kurz rein oder ich mach das kurz rein irgendwie und ich mache einen unfall auch kommen die übel boff hat das scheiße ja genau oder so wie kann ich mein sitz ändern gar nicht habe ich festgeschweißt aber jetzt ich weiß ich hab's gemacht jetzt gern so freunde was gibt es bei euch zu essen bei mir gibt es kartoffelbrei bratschloss oder wie es mich ja jetzt sagen würde genau mein gott mit bohnen komm mal raus hier unten ist neu richtig warum gar nicht der klingel beim schnurren bei mami nein warum wenn ich fragen darf großbestellung hier ist die fahrgarten hier ist die fahrgarten hier kommt schon kann sein wird dass die nachtschicht leute sind leute wie weit soll ich vorne sitzen oder ganz hinten fast ach komm ich wollte schon wieder geblitzt schatzi schickt mir ein foto ich sag nichts mehr ob das ich ordentlich vor das ist der nächste wohnwagen ich hab mein mann endlich überredet winter der leidenschaft zu gucken jetzt ist er ein größerer fan als ich aufpassen aufpassen ach ey die regen mich auf wo ist der neue mitarbeiter da ohne gehen sie nur am handy gucken wie ich dann ist es ja deine schirr wenn man dumm bleibt hinsetzen sehr pünktlich sie gehen hinten raus also ne tschüss so freunde mal gucken wie viel ich geklipst wort bodenwelle zu schnell zweimal so zweimal bordstein erwischt einmal abrutschen bremsen einmal blitz zweimal blitzen na toll das dürfte mein chef nicht verraten transportieren 180 fahrgästen ach das war lustig geklipst die heitestelle ist aufs dreck er wartet ok so ein schöner tag hallo morgen morgen dann muss ich die regale schon wieder hier aufhören kaufen wie geier hier nix 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 ich verliere es sonst ja nur dauernd mal so falls man muss kommen sollte naja falls wir die aufnahme sehen soll wo ich nicht gerettet habe schaut auch gerne mal live vorbei da habe ich echt vor eingeschissen endlich ist der erste weg zur besserung boah das kann nur michael sagen nö doch ich glaub ich hab grad ein ufo gesehen ich glaub ich glaub ich hab ein ufo gesehen ja wo denn hier oben in der welt oder was also ne eine dumme flose frechheit ne 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 michael hier du bist mein großer und ich bin für dich mein kleiner oder wieso können wir nicht machen dass du mich großer nennst und ich dich auch großer nennen ja und dann ja nix und dann dann wird was beides davon nicht dass mich immer mein kleiner nennst oder was auch immer aber Katzen haben doch Angst vor Wasser so wer jemand raus auch nö sehr pünktlich danke tschüss tschüss meine Lagerhalle nimmt langsam Farbe an der Mai sieht auch noch richtig schick aus ich habe meine zum Teil weiß gestrichen mein Werhaus weiß ja nur was ich machen soll wer weißt du das hat einfach nichts mehr großartig was x plus 5 unterstrich 10 ich könnte gerade von dem gleichen sagen aber nicht von mir was was sind wir für den kleinen x plus 5 unterstrich 10 ne gerade keine Zeit das ist oh wie süß das soll irgendwie seltsam sein wenn man das ausrechnen ist das irgendwie Niestereck oder was im spiel bitte nicht während der Fahrt mit dem Fahrer sprechen ja dann guten Nacht kleiner nein ich dachte du reagierst nicht darauf weil gerade von dir hier so eine Fahrt mit dem Fahrer sprechen ja reingeschissen ja da brauchst du doch nicht mal gute Nacht sagen beim Reaktionstest ah Bjarne Bjarne Ich geh auch nicht da rein, die scheiß Dinger, ey. Dann kotzen die Dinger. Uuuhhhhhh Wenn mein Schlagzeug da rein krachen, in die Tonne. Jetzt hab ich's drin, ey. Aua, Schlagzeug da rein schmeißen. Oh, ich den nicht. Scheiß Deko. Die gehen alle hinten rein als Schlatz vorne. Das find ich bodenlos. Ich liebe die Sonne. Alte Rohrenklotze. Tore. Sieht's nicht aus? Neuer Kraftstoff? Nö. Produkte? Noch zwei, ne noch, warte, vier Minuten. Noch eine Stunde und 50 Minuten, dann kann ich drehen. Am Glücksrad, dass ich 40, 60 G bin. Nichts glaubt. Kann ich auch auf meinem Knie. Nein. Wie? Doch. Hihihi. Guck mal direkt mal, was mit Gewinne. Gewinne, Gewinne. Nix. Oh, darf ich das dann kaufen? Kannst du nicht leisten. Kommt drauf an, wie viel du verkaufst. 1,000 von vorne kostet doch locker, oder? Mittlerweile. Jo. Mehr 1,800 wird sie teilweise angepriesen. Ganz teuer. Ist ja auch ne, äh, äh, Grafikkarte. Wir haben auch was zusonderer. Ich hab' den neuen Superheldenfilmen gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja. Papierende Punkte. 15.000. Krass, ich weiß nicht. Kann ich mich noch mal drehen? Ich auch. Ich hab' meine Mama schon gedreht für mich. Hashtag Ehrenfrau. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht um Müll? Ne, Mami. Mami. Mami, brauch Hilfe beim Hausaufgaben. Ach so, ich hab' ja keine auf. Haha. Kann ich erinnern? Nein. Oh, Mist. Ich hab' vergessen fürs Abendessen einzukaufen. Na ja, dann gibt's eben Pizza. Oh. Ich muss langsam vor wegen Blitzer. Bevor macht ihr Schatzi, schickt mir in den Feld. Alter. Promenade. Genau pünktlich. Hast du Lust ins Kino zu gehen? In welchen Fällen? Ich hab'... Ja. Wenn's Großer. Hihihi. Nee, stimmt schon so. Nein. Nee. 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 Quest, die bleiben sollen. Schatzzi, schickt mir ein Foto. Aber klappt nicht. Was euch ja schwarz Da kaufe ich mir GTA 6 als erstes. Mountsy hat gestern einen Fisch gefangen. Jetzt geht GTA 6 schon oder? Nein. Ja, soll bald kommen. Mein Bestand steht da. Das kommt noch in dieses Jahr. Ich weiß sogar wann. Nee, 2024. Nein? Irgendwann doch. Schon früher. Ist doch wegen dem Leak verschoben worden. Mhm. Soll ich für dieses Jahr kommen? Ja. Weiß schon. Hä, was, warte, wegen was wurde es verschoben? Wegen dem Leak. Weil es geleakt worden ist. Es wurden Videos veröffentlicht davon. Hm. Hast du eine andere Folge von Winter der Leidenschaft? Ja. Ich hatte ja nie gedacht, dass man sowas tun würde. Ich weiß nicht, weil jemand die Aussage fängt hat. Deswegen wurden dann Videos von GTA 6 geleakt. Und das wurde, das war da nur irgendwie verhakt. Das Release da nur im Versuch. Uhhh. Ja. Nächster Hall. Wettt. 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 Die sind echt böse. Das hat mich total umgehauen. Ja. Hallo. Morgen. 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 Och ne. Wo ist denn da kleine Kind, das steckt schon wieder ein zu viel. Ja, komm her. Bitte alle aufsteigen. Wo ist das kleine? Da kommt der kleine gerade angelaufen. Und den Besen hinterher schwingt. Nee, den Müllsack. Jetzt den Besen. Tut mir leid, ich muss Samstag arbeiten. Hallo? Oh, warum wirkt der scheiß Besen, ey? Und du mit den Stinkbomben kannst du auch sein lassen. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Hast du nur das eine Graffiti da gelassen, Kleiner? Ja, nur das eine Graffiti. Mehr hat er nicht gemacht, der Kleiner. Ah, das ist 7. Aber ich glaube, ich wechsle gleich mal das Game jetzt. So langsam. Bitte zu eintönig, oder was? Ja, langsam, ja. Nächster Halt. Ostspeichel. Endstation. Bitte alle aussteigen. Was? Oh nein, der Zerber wird ein Lettel verlieren? Die ist doch oben gerade. Sehr pünktlich, danke. Ich glaube, wie ein Nitro läuft aus. Ja, geht er gerade. Hat das Huhn da gerade... Spruch gleich mal. Ach, nicht so dramatisch. Komm, Mann. Die Vorteile nutzen die meisten eh weniger. Hm, Freunde, das war's jetzt mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo. Und drücken wir auch auf einmal, als es dauert. Wie lange spielen wir das jetzt schon? Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Freunde. Lasst ein Like, ein Abo da und wir sehen uns. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mein Discord-Server. Da könnt ihr welche Fragen stellen. Oder mir privat schreiben. Willhunting. Hashtag 7558. Also, wir sehen uns. Bis morgen. Euer Spiele-Gamer. Bis. Bis.